Ich glaube, dass ein Film viel mehr Menschen erreichen kann als das beste Buch, auch als Politik. Filme machen im wahrsten Sinne des Wortes Bilder und bestimmen damit natürlich auch unser Kopfkino. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Frauen auch Regie führen, um zum Beispiel auch mit Rollenbildern, die einem Film regelrecht sichtbar sind, aufzubrechen. Und deshalb ist es wichtig, dass sich Frauen organisieren. Das finde ich ganz toll, dass es jetzt pro Quote Regie gibt, dass die Frauen an einem Strang ziehen, sich verbünden, sich Bündnispartnerinnen und Partner suchen. Deshalb möchte ich das gerne unterstützen.